Und damit herzlich Willkommen zurück zu Rainbow Six Leech mit dem Curry, den Mafoujo und den Dalgat. Und dem Alex. Das trinkt doch schon viel besser, eh. Hallo. Hallo Alex. Du hast mich auch richtig motiviert, weil er ist schwer, oder? Hallo. Wie geht's dir, Alex? Nein, ich muss Blackbeard nehmen. Das ist schon früh in der Mitte. Hallo, willst du hier was haben? Ich will ja nicht. Nee, mach was du willst, was du gut kannst. Hab ich noch in 5 Sekunden mir was zu trinken und... Oh mein Gott. Warum hast du gesagt, du musst Blackbeard nehmen, Dalu? Ja, ich... Weil... Alter! Wir werden verarscht. Wir haben Spielern Elite Hunter. Oh ne. Aber Elite Hunter ist ja gar nicht so doof. Ich wollt grad sagen. Aber wieder haben wir den die ganze Zeit. Das ist kein Pre-Med, Leute. Der ist kein Stiller. Und im Gegner-Themen ist ein Dolphin-Spanker. Das ist viel schlimmer. Ey, Elite Hunter, kannst du nur reden? Er redet einfach. Er redet einfach. Er hat uns gesagt. Sorry. Oh. Hier oben sind sie. Jawoll, oben ist schön. Alles schon offen. Ey, der verfolgt uns? Ja. Ach, schön. Das ist heute wieder ne Spaßrunde, oder? Ja, immer wird immer gelacht hier, ne? Ist es du laut? Ja, ist es du laut? Ey, jetzt hast du dem Angst gemacht, Mann. Das ist voll traurig jetzt. Und die schießen schon raus. Alter, nicht schon wieder. Wo ist Hans Yolo, ey? Kommt doch nie bis zu dem Haus. Ist doch voll weit weg. Alex, du hast ne Bahnfeste an. Damit man dich besser sehen kann. Wie soll ich ne Bahnfeste an? Was? Ich hab doch ganz normalen Skin, oder? Ich seh mich nicht. Dennis, nimm mal bitte die Bombe mit. Ne, nimm du, Dalu. Nimm Dalu, Dalu. Nimm Dalu, Dalu. Ich bin der Sniper. Nimm! Ich glaube, Yolo stirbt. Ach ne, ist doch gar nicht Yolo. Das ist ja... Irgendein anderer. Elide. Passt auf vor dem Dolphin-Spanker, ne? Der Cross. Der heißt so. Was? Wie heißt der? Dolphin-Spanker. Und aktiviert. Dalu! Komm Jungs, wir machen das jetzt. Bist du doof? Ich wollte eigentlich im Fenster werfen. Warte, ich mach doch mal. Geh rein, Dalu. Komm, go. Einer ist im Keller lustigerweise. Da liegt da eh ne Bärenfalle. Einer ist im Keller. Geh jetzt rein, Dalu. Pass auf. Ja, ja, geh rein. Ich lebe dich. Ja, sag doch vorher, dass du angreifst. Klar, sie ist halt geklappt. Oh Mann. Scheiße. Dalu, könntest du den Entschärfer mitnehmen? Was ist hier unten los? Kann ich bitte runterkommen? Nein. Alter Elite. Alter Elite. Als ob der jetzt so 20 Jahre kennt. Sein Mitname Elite. Ey, lass den mal aufnehmen. Alter Elite, krass. Wie dreht man sich denn nochmal um? Steuerung, glaub ich. Nee. Es geht nicht. Darf Blackbid das nicht? Nee, es ist schwer. Der fällt rüber. Ah, jetzt. Okay. Elite, geh rein. Go. Mann, wo ist mir mein Tuschel dort? Go, 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 Elite. Go inside, man. Go. Rush in. Rush in. Du bist so ein Wichser, Alter. Ganz ehrlich. Du bist so ein Wichser, Alter. Nichts ohne Witz. Er hat mir eine Drohne reingeworfen. Wieso hat er das nicht gecheckt? Er hat mich ingame? Ja, nee. Keine Ahnung. Hallo. Alex, 30 Sekunden. Ja, ich geh hier rein. Okay? Da wurde er auch reingegangen. Scheiße, wenn ich da bin, dauert das ewig. Ja, da war noch ne Bärenfalle. Ich muss jetzt hier hochklettern. Guckst du nach links oder nach rechts, wenn du reinspringst? Ich geh jetzt einfach rein und guck nach... Von dir aus rechts. Let's go! 1, 2, 1. Tschüss, Dalu. Loll. Geradeaus, Dalu. Geradeaus. Wo kommen die Plänte? Plänte, 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 Plänte. Ja, weg da! Was machst du denn da? Plänte, oder was? Ich kann nur hier plänten. Sie kommen! Achtung, der Code ist A420. Habe ich mir gemerkt. Habe ich mir gemerkt. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Treppenhaus, Treppenhaus, dieses hintere Treppenhaus. Das hintere Treppenhaus. Das ist was falsch rum ist. Das geht da oben. Nice, Dalu. Ich versuche euch doch nur zu helfen. Mann! Ja, dann mach ich weg, Junge! Ja, dann mach ich weg, Junge! Nice! Geil! Elite! 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 Ich weiß gar nicht, wo oben ist, ey! Oh! Schön! Ja! So! Brauchen wir Westen? Ja! Komm, wir gehen in die Garagne! Garanien-Kafeteria! Wo ist denn da ne Cafeterie eigentlich? Der Nebenraum, die Küche. Die Küche meinst du, oder was? Wo ein Tee steht. Ja, das hat geplatzt. Und du hast auch noch rumgekippt, oder? Ja, ey, weißt du, was da vorher los war? Bevor dein Einsatzkommando kam. Wirst du untersuchen jetzt erstmal, was da ist. Die Bomben schützen. Die Bomben schützen, ey. Ich stehe nicht mal Stühle in diesem Raum. Wie soll sich denn hier einer hinsetzen? Ja, ist halt mit stehen. Hier sind Stühle. Nein, nicht oben an. Die waren links von mir. Alles klar. Danke, liebe Hunter. Weil dann kann man hier durchschießen, wenn die kommen. Achso, ja, natürlich. Dann sag das doch, dass du das machen willst. Zieh dich, du scheiß Kamerado. Sorry, du. Braucht noch jemand ein Fenster? Ich hätte ein Fenster. Braucht noch jemand ein Fenster? Fenster. Wenn du so fragst. Ich guck mich nur um. Brauchen wir noch Strom? Ja, Strom brauchen wir noch. Brauchen wir noch Strom? So. Sicherheitsabstand halten. Halt den Sicherheitsabstand. Yo, die sind hier. Was sind das? Westen. West-Nord. West-Nord. Nord-West, Alter. West-Nord, Alter. Ach cool, wir brauchen ja die Westen. Ey, Alex, stell ich doch mal... Oh mein Gott, Curry, Alter. Ey, ich hab auch gar nicht dran gedacht, Alter. Ey, ich hab auch gar nicht dran gedacht, Alter. Stell ich mal da hin, bitte, Alex. Mach ich gleich. Ich bin mir nur schnell, wenn ich geschützt bin. Da ist der sicherste Ort auf der Karte. Ja, ja, okay. Okay. Okay, steh da. Aua. Oh Gott. Guck mal, siehst du, Alex? Ich bin wieder weggegangen, ne? Jetzt haben wir die Wand nicht gesaved, ey. Alter, selbst die Hitbox von diesem Radius kaputt. Wurf vor dem Sturm. Das Brand. Oh, die schweißen jetzt, glaube ich, hier auf gleich. Mach mal jemand die Hupe aus. Bei euch safe? Also gehen die alle Garage rein? Sieht so aus, ja. Ich glaube, die move'n aber gerade. Hauptraum kommt jetzt was. Hab einen. Jawus. Hinter mir wird auch gemacht. Hä, wo? Hm. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Bisschen du, Dennis? Oh ja. Jo. Was ist jetzt offen? Hinter mir. Ja, okay. Der Liter. Der Liter. Da gehen sie alle raus, Alter. Da gehen sie alle raus, Alter. Nice, nice, nice. Oh Mann, ey. Schön. Peter. 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 Hey, Alter. Save. Kommen sie hier ran und holen sich die Gegner einer am anderen weg. Ja. Ja, der Daluk hat der Alex, der Köln und der Dennis und der Liter. So. Der Elite-Alex da raus, Pirsch. Elite. Wollah, Elite. Wollah, Elite. Wollah, Elite. Nee. Jo, Garage. Die haben die Besten schon platziert. Dalu, die fragen an dem Chat, ob du aufnimmst. Ja, und ich hab den Chat nicht an. Schade. Wer ist denn? Hattori Hanso, den Namen hier hab ich schon mal gesehen. Ja, ESL-Spieler. Ja, AF-Clan. Wer kennt ihn nicht? Ja. Der AF-Clan. Wer kennt ihn nicht? Hey. Guck mal her hier. Wohooo! Oh, schade. Oh, schade. Und da fährt der Dolphinsbanker. Oh, Chant ist doch ein Fangirl am Start. Aber wenn die doch meine Videos gucken sollten, dann wissen die doch, dass sie den Chat nicht anhaben. Wieso hab ich denn den Defuser? Wo kann man sich dafür melden? Das wirst du bei der Ausbildung, da wirst du gefragt, ob du den haben willst. Dennis. Nein, gib doch nicht den Fuse. Alter, nimm den Ding mit. Du bist nicht Fuse. Nee, Glace. Guck mal, ob du aufpasst. Wir haben hier so zwei Probleme vor uns. Bei dem haben wir einen Twitch. Was ist denn los? Alex. Hier ist die Bombe. Ja, ich hol mir die gleich. Warte mal, ich muss mich hier hinlegen. Wir haben gesehen, dass du die Bombe jetzt hast. Die ganze Verwirrungstaktik ist auch nicht. Es ist doch nicht mehr offen, ey. Ja, er soll es aufmachen, er ist ein Hunter. Er ist ein Hunter. Alter. Der Typ ist so verwöhnt. Der Typ ist einfach verwöhnt, wie Sau. Mach doch jetzt vorne! Jetzt, jetzt! Go! Oh Gott, das wird nichts! Ja gut, wir kommen glaube ich... Mach der Elite! Der kommt nicht! Ich hab keinen, der hat Schiss irgendwie. Der versucht's, guck mal! Ich zoome einen anderen Weg jetzt. Jetzt hat er auch einen anderen Weg. Ich glaube die Besten sind nicht alle. Der ist am Blubber! Curry, was machst du da in dem Haus? Ich hab ein bisschen gesprengt. Bist du durch das Fenster hier reingegangen, wo ich bin? Ja. Der Elite-Anders, der da unten immer noch ist fassungslos schockiert. Komm, Alex, geh mal rein da, komm! Ich will ja nicht! Das sieht so schön da drin aus. Ja, ich mach das, pass auf. Aber zuerst dropp ich dir was. Okay, ich komm mit, wir machen zusammen. Wo rennen wir denn hin? Geradeaus oder links oder rechts? Scheiße! Wir gehen hier rein! Der Dropper oben ist auf dem Currywurst, was auch? Nee. Wer bist denn du eigentlich? Ich glaub der Dropper oben ist auf jeden Fall. Ich hör Schritte, ja. Woll grad sagen. Du bist explodiert? Ja, hinterm Band steht einer. Hinterm Band steht einer. Oh, er hat's aufgekriegt. Ah ja, die aimt ab. Wartezimmer. Die Hattori? Hattori! Hattori! Heißer oder Sonderle? Sonderle, Sonderle, Mammole, Mammole. La puta. Jawoll, Alex. Krasse Action bei mir hier. Der schießt direkt die ganze Wand, ey. Problem ist, hier ist halt, die zeigen sich halt nicht, ne? Schade. Oben ist halt auch noch, genau. Fünfzehn Sekunden. Ja, ich, ja. Ich komme. Jawoll. Nice, Dalu. Jetzt Dalu wird zum Monster. Ja. Es kommt halt keiner. Links hinter euch, hinter euch, hinter euch. Ja, ist ja egal. Ich habe keiner zum Abschießen. Ja, war keiner da, ey. Ja, war keiner da, ey. Hattori. Der kommt da unten durch den Tunnel. Guck mal, wie ich mich da drehe. Hallo? Wo sinds denn? Keiner da? Wer, wer will, wer will. Ja. Aber wenigstens bin ich nicht gestorben, ne? Ja, ja, stimmt. Ja, Elite hat ja fünf Stunden, wo man seine Starwelt lanter hat. Lobby, okay, alles klar. Lobby, Presse. Presse. Die Loresse. Ein Margarito. Oder Probi. Der geiler, der geiler Fickbolzende. Wir gehen jetzt erstmal in Probi rein. 2-1, ey. Das wird nochmal heikel, ne? Dalu. Was war da eigentlich barbellos, Dalu? Was denn? Das lief doch nicht so gut. Das war nice. Wir sind Elfer gewonnen. Ja? Nee. Nein. Nein. Super geil, ne? Weil die Folge kommt ja dann nach und dann immer so Fragen so, ja. Achso, das neue Ball, das haben wir gewonnen. Ja, ja. Wir auch. Aber wir haben mit Dalu geteamt, ne? Ja, ja, genau. Hat nur keiner mitgekriegt. Weil uns die Caster eh nicht eingefangen hat. Ja. Die fangen uns nie ein, ey. Auch nicht im Finale. Da gucken die mal den anderen zu. Boah, und im Finale ist sie... Boah, und zwei. Es leben noch zwei, aber da werden die Namen nicht genannt. Sie vollkontieren wir einfach, ey. Ja Leute, das war's. Keiner hat gewonnen. Harte Action geht ab. Hä? Was ist denn mit dir? Harte Action geht ab. Ich bin motiviert, oh. Warte mal, wo kommen die denn jetzt hier? Habt ihr schon was gesehen und gehört, oder? Die machen doch eh easy einfach Hauptraum-Action. Ja, da gibt's was auch. Hauptraum, auf geht's. Ist dann offen. Ja, Gläser haben sie da raus hinten. Bleib genau hinter mir. Weißt du, wo der ist? Ne, man. Wir gehen zusammen, Curry. Ne, ne, ich wollte wirklich warten, bis die reinkommen. Da liegen nämlich noch Nadeln. Okay, der ist links, ja, der linke Seite. Von wo, könnt ihr mal's pingen? Oh shit, oh shit. Ja. Job Lobby, oder? Da so. Oh, 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 oh. Ich hab ne Idee, Curry, warte mal. Einer ist close, Alex. Du hast den Stachel da, ja, ne? Ja, ich hoffe, dass die Nadeln vorher schrägern. Weil gemutet ist. Hä, dann kann man selber nicht. Warum? Eine Nadeln weg. Hauptraum Nadeln. Ich bin full flasht. Ich bin full flasht, aber ich glaub ich hab einen. Ja doch, ich hab einen. Anzeige, geht ja trotzdem. Alter, R2D ist ja einfach reingerollt. Smoke liegt. Ah, Gläschen da draußen. Links oder rechts? Links. Hallo. Keiner will mit uns spielen. Nee. Ist doch da. Sie wollte rechts in der Ecke planten, er wird sich wieder zurückgezogen haben. Vergläschen, der ist halt gerade echt nervig. Ja, ja, der Smoke, ja, pass auf. Stress. Der wollte in der Ecke planten, jetzt haben wir in die Nadeln ge... Er plantet! Wo? Habe ich! Ich brauch sie eben ab. Sag mal, ich hab einen Defuser link. Der steht immer noch links. Immer noch links? Ja. Ja. Wo steht er denn links? Wer zu sagen halt. Der Defuser ist auf jeden Fall gedeckt. Wenn einer den Defuser aufhebt, läuft der Nadel. Ja, immer noch links. Der steht genau an der Schrägen. Also genau... Kann es ihn eigentlich kommen lassen. An der Tripo oder was? Okay, er ist tot. An der Kripo, ja. Das gibt's nicht, Alter. Der hat so wenig HP noch diese... Alter. Draußen oder was? Ja, da. Gut, da, du. Da liegen drei Nadeln im Eingang. Lass ihn mal reinlaufen. Er kann nichts tun. Er kann ja nicht planten, während der Nadel hat. Lass ihn wirklich mal rein retten. Okay, ich mach zu. Soll ich Elite-Handern abschieben? Er kann nicht... Oh, Elite-Handern! Du Pfeife! Das gibt's doch nicht. Nein! Du kannst, glaub ich, die Bombe nicht legen... Du kannst die Bombe nicht legen, wenn du einen Nadel im Fuß hast. Dann wär die Zeit abgelaufen. Das stimmt. Bei der langweilte diese Elite-Handern. Ja, weil er jetzt so ein bisschen sad. Hätte lustig sein können. What? What? Was? Wer bist du da? 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 Wer in der Runde schon hätte sterben können, ja? Ich bin nicht gestorben. Ich hab mich geoffert. Ich hab mich geoffert. Ich hab mich für das Team vor die Kugeln geworfen. Also, zwischen euch. Oh Mann, ey. Okay. So. Seit 2004. Oh Gott, ey. Hey. Ich überfordse, dass mein bester Freund seit 2004. Davor war er nur ein Freund. Seitdem, da hat er dann in mein Freunde-Buch reingeschrieben. Und er schreibt dann so. Okay. Geil. Geil. Hey. Hallo, ey. Oh, oben wurde kaputt gemacht. Also, oben sind drüber, ne? Oh, hier ist auch schon Kapkantil. Oh, hier ist auch schon Kapkantil. Dadurch wollte ich mal was fragen. Ja, was bist du mit dem Kart gefahren, ne? Ist das eigentlich da so, ähm, irgendwie Standard? Weil das sieht man ja voll oft so. Also, machen die... Das sind so Touren, die du da buchen kannst, ja. Das ist super nice. Aber es macht ja jeden Tag wieder kaputt. Genau. Drei Mal am Tag. Also, drei Touren gibt's am Tag, die du machen kannst. Irgendwie da anderthalb Stunden oder Drei-Stunden-Tour. Welcher hast du? Ja, anderthalb. Aber nächstes Jahr will ich auf jeden Fall die Drei-Stunden-Tour machen. Drei Stunden, Alter? Die Zeit ging so schnell rum, weil es ist ja wirklich so eine Art Sightseeing-Tour. Das war mega awesome. Und vielleicht ist es ja auch die ganze Zeit, ne? Und vielleicht auch noch auf der... Du bist sowieso voll fokussiert, weil du halt an LKWs und so vorbeifährst. Ach, du hattest einen Bowser-Anzug an, ne? Ja. Geil. Aber es hat die LKWs auch nicht abgeschreckt, da mal einzuschern. Hey, Alex, lieber rein, komm. Also, ich glaube hier oben über B sind die. Das ist auf jeden Fall mindestens eine. Über die Elite hat er davor schicken, Mann. Ja, das stimmt. Die hat mir ja oben die Decke weggemacht. Hä, was ist denn das für ein Raum hier? Ich kenn den gar nicht. Ach, das ist hier. Ich glaube, auf welcher Ebene fused du gerade? Das ist auf A. Also, ich geb mal eine Drohne rein, warte mal. Also, erdgeschossen, ne? Oh, das ist ja cool. Warten Sie bitte, Alex. Ja, ja. Hier standen Drohnen drin. Wie gesagt, da, ich glaube hier war oben jemand. Ey, okay, A rechts in der Ecke, A rechts in der Ecke. Ganz rechts in der Ecke. Ja, ich seh ihn noch, aber ich konnte nicht schießen, weil der ganze Bild gewackelt hat. Ich hab keine Ecke. Äh, gerade mal Schild. Wenn du reingehst, Alex, rechts, ganz rechts. Äh, rechts, 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 rechts. Bei A. Der hat den Winkel ganz, äh. Alter. Alex, du musst, hast du ne Pistole? Äh, ja. Ja, aber kein Desert Eagle. Ne, 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 ne. Kannst du mich einmal anschießen? Wo bist du? Das ist so ein netter, so ein netter Gefallen, den der Alex dann tut, dem Dalu. Könntest du mich einmal bitte anschießen? Entschärfer wurde zurückgeholt. Ja. Wow. Good. Wow, Leute. Wow. Warum hast du so wenig? Ich hatte noch genug, ey. Nice, nice, nice. Na komm, dann machen wir das jetzt richtig zu Ende hier. Aua. Aua. Du brauchst also 33, also über 30 HP. Also einer hinten noch, das heißt zwei. 30 Sekunden. Kann ja nicht sein. Aber es war schon eine Liedlefeier, äh, Liedle Hunter Free Fire. Wau. 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 Nein, was? Hat der gerade durch die Wand geballert oder was? Nee. Ach krass, die war dringend. Ich installiere da noch eben. Oh, geht in die Wand gepustet. Was ist denn hier los, ey? Das dauert immer, dieses Abbrechen von Diffusen. Ja, du musst doch diesen hochintensiven Cover da ablegen. Bis du dich erstmal aufgeklappt hast, ey. Wegen dir habe ich jetzt einen Tod. Warum bist du eigentlich gestorben da? Was ist denn das? Ich finde, das sollte man nicht tun. Warum haben wir schon wieder ein Hyping, ey? Als der Satz schon kam, hast du eine Pistole, wusste ich, was passiert. Wie viel Leben hattest du bei Ihnen noch? Sechs? 13. Nee. Doch, deswegen bin ich davon ausgegangen, es reicht. Sie glückten es an. Ich dachte, du warst 14. Ich dachte, du warst 14, Mann. Du hast auf Kopf geschossen, ey. Es reicht. Der Vater hat gesprochen. Der Vater ist im AOL-Clan. Und der fängt gerade den anderen da. So. Der fängt den anderen da. Nein, das ist der Dolphins, ey. Das ist nicht so geil. Oh Mann, Leute! Jetzt ist er wieder ein richtiger Bayern-Fan, ey. was ist das denn ich beende das heute alter daloo hier auf meiner seite im badezimmer alle wieder irgendwas auf was auch das war ich also auch bald ist immer rechts oben hier oben auf dem dach bei uns ist auch er hat aber schon kassiert ich glaube die ist nicht drin hier unten haben wir für eine krasse taktik vor ja hier wird jetzt wahrscheinlich jetzt gleich ein gleis durch klugen anlegen oh ja oh ja hier ist auch auf die troffene türen hier ist auch irgendwas auf wo ist er eigentlich nicht mehr auf da der lebt noch jetzt ist er da hängt auch an der fenster nicht mehr junge ne warte mal da da ist gar keiner dauernd doch ich habe einen da geschlossen der linken dann wurde ja 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 ok ok das wurde gerade nicht angezeigt da wird die verdient mann auch fast geklappt hat unternehmen geämmt das stöhnen war übelst laut garage weiter von links fragt man doppelfenster wohl den balkon davor und seine nadeln wenn man der ist richtig und können auch nicht du bist so ein lakker dalo alt das ist unfassbar das ist unfassbar das ist unfassbar die nadeln kein problem wenn die nadeln richtig liegen dann machst du nix oh wie sie umfällt alter was zur hölle auch mit den shorts kein problem wenn der dalud mal nageln kann ist er glücklich wirklich brot wie er da noch den auf dem zahnstocher rumkaut Corona eine Folge komm hoch nach vor oben runter den 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 den